Peter, gut, dass du mich eingeladen hast. Ich hatte richtig Hunger. Ich denke, du hast mich eingeladen, Wolfgang. Aber ist sehr gut. Wir haben Hunger und heute Abend haben wir gut gearbeitet. Aber da kommt schon die Kellnerin. Herzlich willkommen. Was kann ich Ihnen denn bringen? Wollen Sie die Karte zuerst machen? Ja, bitteschön. Den darf ich Sie geben? Willst du vorhaben? Ja, ich mache. Bitteschön. Dann rufen Sie mich, wenn Sie so weit sind. Dankeschön. Eine sehr nette Kellnerin. Ja, sehr nett. Dieser Service hier ist sehr gut. Ja, bitte. Wir haben uns entschieden. Ja, was darf es denn sein? Wir hätten gern einmal Wasser. Still oder mit Kohlensäure-Sprudel? Ich glaube, Kohlensäure tut mir nicht gut, weil mein Hals verträgt. Mit dem Magen. Du bist nicht gut für den Magen. Ja, kein Problem. Darf ich die Karte bitte wieder haben? Oder wollen Sie noch was essen? Erstmal wollen wir was trinken. Das Wasser war echt vorzüglich. Ich habe echt keinen Hunger mehr. Ja, ich bin satt. Wir hätten gern die Rechnung gedacht. Bitteschön. Wollen Sie nichts mehr essen? Dankeschön. Das Wasser hat uns genährt. Okay. Hier, du darfst. 4 Euro. Ich müsste mal aufs Klo, Wolfgang. Hier, Peter. Du hast mich doch eingeladen zum Essen. Wieso geht es jetzt? Sie haben doch nur 4 Euro. Das kannst du auch bezahlen. Aber du hast mich eingeladen, Peter. Ich habe aber kein Geld dabei. Ich habe auch kein Geld dabei, Peter. Was machen wir nur? Das ist alles deine Sauerei jetzt. Meine Sauerei? Du musst bezahlen. Wir kommen nie wieder hin mit dir zusammen. Wir kommen nie wieder hin mit dir zusammen. Mahmoud Abi, ein Iskender geht jetzt. Oh, ich habe so Hunger. Ich kann zwei Iskender essen. Aber wo ich gar so was bleibt, warte zweie halbe Stunde ist. Ada, komm. Abi, sorry. Ich muss dir in den Lager gehen. Ne, was wolle du? Bringst Gas? Ja, ich habe Karte. Dann sage Rufe. Ich muss schnell in den Lager. Arbeite. Aga. Ja. Ja, Abi, ja. Ich wollte einen Iskender. Ja. Für mein... Ich nehme eine große Doppelfleisch Iskender. Ja, ja. Eine große Donner mit Teller mit Pommes und Schafskäse. Ja. Und dann noch eine Lahmacun. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich will auch Hunger, Hunger. Du bist von Dschungel gekommen. Okay, was willst du, Bruder? Ich will einen Iskender. Nur eine? Nein, nicht nur eine. Ich will noch eine Linsensuppe. Linsensuppe dann zur ersten Frage. Richtig türkisch gemachte. Aber türkisch gemachte. Ja. Und ich will noch einen Cola-Krug, damit wir trinken. Zwei Becher. Machst du schnell in den Lager, kein Cola mehr? Nur Airan. Ja, dann Airan. Aber Aciuk Airan, nicht? Aciuk Airan ist Ur. Aciuk Airan ist Ur. Da auch. Gut, bis gleich. Dauert eine Stunde, halbe Stunde. Okay, kein Problem. Ich muss schnell in den Lager. Machst du schnell. Sehr Hunger, ja. Auf alle. Satt. Aber wo ist unser Airan? Eine Stunde Airan. Wo ist Airan, ja? Rufst du mal Airan alle? Italien, wolltest Airan bringen, Italien. Uff. Ganz gestern einmal. Hey Bruder, sorry. Heute haben wir viele Gesellschaftsleute hier. Ich habe euch schnell Ola gekauft von Rewe. Wir haben auch kein Airan. Das tut mir leid. Airan nicht. Tut mir leid nichts haben. Das war das letzte von Rewe. Das habe ich schnell geholt. Airan, du kannst schnell mit Joghurt machen. Wir haben nichts, Bruder. Tut mir leid. Gut, machst du auf. Ja, ich habe nichts da. Habest du da? Oder? Oder? Was ist das ein Laden? Ja, 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 ja. Ich habe, ich habe zum Glück Schlüssel. Aber ich habe Schlüssel. Bringst du noch eine Rechnung? Hadi, hadi. Hadi, Allah. Hier ist eine Rechnung. Ich würde freuen, wenn ich Trinkgeld gebe. Kaatsch oder Euro? 129 Euro. Rufst du da? Euro. Ich gebe. Ich gebe. Ich habe dich eingeladen. Ich bezahlen. Heute, das letzte Mal. Du hast bezahlen. Nein, ich habe das letzte Mal nicht. Ich bezahlen jetzt. Ich bezahlen. Ich habe eingeladen. Du hast das letzte Mal. Ich jetzt. Aber ich habe dich eingeladen. Ich bezahlen jetzt. Ich bezahlen. Ich bezahlen. Komm, ich bezahlen.